Für mich ist Relationship wirklich ein Shift, also eine Umstülpung, etwas völlig Neues in meinem Leben. Wir tun uns zu viert zusammen und kreieren aus uns mit euch etwas, was wirklich eine Wende bringen kann in jede Beziehung. Ich habe mich bislang viel beschäftigt mit Konzepten. Ich habe sehr viel geübt im Tantra mit meiner Sexualität. Und ich habe sehr viel wirklich trainiert, im Possibility Management zentriert zu bleiben und meinen Prinzipien zu dienen. Und woran ich bislang immer die größte Herausforderung erlebt habe, war in meiner intimen Beziehung mit Marietta, mit meiner Lebensgefährtin. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir Frieden und Lebensfreude in diesen Reichtum der Polarität bekommen, des Feminen und des Maskulinen, dann dienen wir wirklich der Entwicklung von uns und dem Frieden auf der Erde.